Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute mit einem Thema, welches ganz besonders im Bereich der Computer eine große Rolle spielt. Genauer gesagt haben wir uns mit einem Monitor beschäftigt und zwar mit dem GL2580H von der Firma BankU. Wir haben einige Daten ausgewertet, um für euch einen Überblick mit den wichtigsten Fakten zu diesem Produkt zusammenzustellen. Seid ihr auf der Suche nach einem derartigen Artikel? Dann schaut doch einfach mal in unserer Videobeschreibung vorbei. Wir haben wie immer einen Preisvergleich für euch durchgeführt und zum besten Produkt findet ihr einen Link in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall dort einfach mal hineinschauen, denn unter Umständen kann man auf diese Weise den ein oder anderen Euro sparen. Außerdem haben wir die wichtigsten Informationen für euch zusammengestellt und zusammengefasst. Reinschauen lohnt sich also. Der Monitor ist eine der wichtigsten Komponenten des Computer, da auf ihm alle Rechenleistungen des PCs angezeigt werden und man ohne den Monitor das Gerät nicht bedienen könnte. Ein separater Monitor gehört daher immer fest zum Aufbau eines PCs dazu, sofern es sich bei dem Gerät nicht um einen Laptop handelt. Der GL2580H von BankU ist ein sehr guter Allrounder im Bereich der Monitore. Er kann sowohl für das Gaming als auch zum Arbeiten genutzt werden. Er verfügt über eine Full-HD-Auflösung im beliebten 16 zu 9 Format. Die Größe des Modells beläuft sich dabei auf 24,5 Zoll, was für alle Anwendungsmöglichkeiten sehr gut geeignet ist. Das Gerät verfügt über ein modernes und elegantes Design. Das Besondere daran ist die ungewöhnliche Oberflächenstruktur. Es wurde vom Hersteller eine hochwertige Texturetzung verwendet, die dafür sorgt, dass das Gerät kratzern leichter widersteht und das zudem auch für optische Highlights sorgt. Diese praktische und schöne Oberfläche wird zudem auch noch mit einem formschönen Grundprofil verbunden, welches unnötige Kanten vermeidet und eine funktionale und saubere Optik bietet. Auf der Vorderseite sticht das ansprechende Rand-zu-Rand-Panel heraus, welches einen ultraschlanken Rahmen und ein elegantes Profil aufweist. Optisch verschönern kann man den Aufbau noch dadurch, dass ein unsichtbares Kabelsystem auf der Rückseite so konfiguriert werden kann, dass alle Kabel geschickt im Fuß des Monitors verstaut werden können. Technisch ist das Modell von BenQ auf dem neuesten Stand. Eine super schnelle Reaktionszeit von einer Millisekunde ermöglicht absolut flüssiges Spielen und Schauen. Besonders bei rasanten Bewegungen und Übergängen kommt diese Technik zum Tragen, da an diesen Stellen ansonsten oft Lücken oder Geisterbilder entstehen können. Durchgängiger Film- und Spielspaß sind somit problemlos möglich. Zusätzlich bietet dieser Monitor noch Technik zum Schutz der Augen. Die BenQ Eye Care Technologie reduziert die Ermüdungserscheinungen und bietet auch bei längerer Nutzung Produktivität und Sicherheit am Arbeitsplatz. Hinzu kommt die Low Blue Light Technologie, die schädliches blaues Licht herausfiltert und so spürbar die Ermüdung der Augen verlangsamt. Abgerundet wird das Ganze durch die Flicker Free Technologie, die schädliches Flimmern aktiv vermeidet. Während herkömmliche LCD Displays manchmal zum Flimmern neigen, was Ermüdungen und Sehschäden verursachen kann, so braucht man sich darum mit diesem Monitor keine Sorgen zu machen. Insgesamt zeigt sich der Monitor als sehr gute Ergänzung für jeden Computer. Das Design ist elegant und unauffällig, sodass das Gerät sich einwandfrei in jedes Umfeld integrieren lässt. Dies wird durch die extrem schlanke Einfassung und das geschickte Kabelmanagement noch unterstrichen. Mit fortschrittlicher Technologie wird eine hervorragende Detailwiedergabe in jeder Umgebung gewährleistet. Die Kombination aus LED- und TN-Technologie sorgt für authentische Farben, einen hohen Kontrast und ein tiefes Schwarz. Wir können den GL2580H somit absolut empfehlen. Ich hoffe, dass wir eure Neugierungen für Monitore geweckt haben und einige hilfreiche Infos rund um dieses Thema geben konnten. Falls ihr euch weiter damit beschäftigen wollt, dann schaut doch einfach in die Videobeschreibung. Dort findet ihr neben weiteren Infos zudem auch den Link zum hier vorgestellten Modell. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.